Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte nur schnell ein paar Infos sagen, warum die letzten Tage eher nicht so viele Videos gekommen sind und weil ich finde, das kann nicht angehen. Und ja, deswegen, ich arbeite zur Zeit an einem mehreren Roblox Spielen. Kann ich euch auch mal zeigen. Und an diesen hier und das hier ist auch mein Account, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen und mich erlten, wenn ihr natürlich wollt. Und ja, das sind bis jetzt erstmal meine Spiele, die ich erfunden habe und ich lade auch täglich Updates hoch, so früh wie ich kann und deswegen bitte nicht wundern und ja, warte ganz kurz, der Stocksau ist schon wie angegangen von meinem Nachbarn, wartet. So und wie gesagt, da kann man auch schon drauf gehen und falls wer fragt, wie man das macht, dafür braucht ihr, ich glaube das geht auf PC und Laptop, nur ich bemerke mich nicht, ob es aufhändig geht, aber ne, das geht nicht aufhändig. Braucht ihr Roblox Studio, das könnt ihr euch downloaden, wenn ihr hier bei eurem Browser des Vertrauens, ich nehme jetzt einfach Google, Roblox Studio einfach, dann kommt das hier und dann geht ihr einfach auf Roblox Studio und dann geht ihr auf etwas erstellen und dann müsste hier etwas kommen. Ähm, jetzt lebt das auch schon mal mehr, einfach nicht beachten, weiß mal was davor, irgendwas davor, nein, so, danke. Und wie gesagt, ähm, ihr könnt ja gerne vorbeischauen, ähm, tippt hier einfach ein, äh, Workit Simulator oder einfach meinen Namen, ähm, bei, Leute, Search Player, ähm, tippt hier einfach, meinen Namen ein, ich glaube, wenn ich meinen Namen jetzt hier eingebe, 5, dann würde es nicht funktionieren, naja, ähm, dann kommt auch soweit ich weiß, nur ich, hier, übrigens, das sind, äh, 5J, also ich blende euch, ähm, das jetzt hier nochmal ein, irgendwann wahrscheinlich, und, ähm, naja, das soll es auch nur gewesen sein, dass, ähm, ich wollte es euch nochmal gesagt haben, dass ich irgendwie eine Erklärung habe, warum ich zurzeit nicht so aktiv bin, und, ja, deswegen nochmal danke, und, übrigens, wir machen um, glaube ich, 11 Uhr noch einen Livestream bei YouTube an, und, ich hoffe ihr seid dabei, und, ja, äh, dann geht's auch schon los, sehr sehr, hallo, ja gut, ja, sorry, ähm, und, ja, tschau tschau, euer Gameplay100, und, sorry, eben grad für den Ton, sorry, und, 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 ich hoffe,